Heute ist die Premiere. Heute sehen Sie uns die Leute zum allerersten Mal das Spiel. Kupfst du dir das Spiel? Ich habe 40 gekauft. Es ist einfach schön, wieder die klassischen alten Brettspiele zum Haar und eine Vorarlberg-Edition zum Krieger. Denn für uns war es einfach da eindeutig, dass wir mit Füßen dabei sind. Alles wunderbar. Wenn man schaut, alle sind fleißig am Spielen, kaufen schon fleißig und gründen neue Firmen. Es ist ein gerungener Abend. Kannst du mir kurz erklären, wie das Spiel funktioniert? Ja, es ist so, dass wir verschiedene Vorarlberg-Unternehmen haben. Genau, jeder versucht da kleine Stiere. Das Hauptziel des Spiels ist einfach, dass du am Meister besitzt und der CEO von der Meisterfirma bist, so zu sagen. Ja, genau. Dicati, Alphorado, dance to me. 1800 woanders sind. Ich bin ein altes Lieblings gut. Heute hat es noch gitti. Vielen Dank.